Ewa? Ewa? Ganz schlimm sind Musiker! Hallo! Ich liebe die Mädchen und bin gern verliebt. Ja und wieder ein wunderschönes Guten Tag hier vom Wörthersee. Unser Thema heute, die tollen Tantenfilme. Unsere erste tolle Tante kam aus Buxtehude. Die tolle Tante aus Buxtehude mit wunderbarer Musik. Zum Beispiel von Chris Roberts, Troubadour der Liebe. Oder Ramona, das war damals ein Weltstar. Was wir wollen auf Erden. Alles was wir wollen auf Erden. Wir wollen alle glücklich werden. Du und ich und er und sie. Glücklich wie noch nie. Chris Roberts mit dem berühmtesten Lied von ihm. Mein Name ist Hase. Mein Name ist Hase. Ich weiß von nichts. Ist hier was geschehen? Ich hab nichts gesehen. Nur Gras und Klee und im Winter viel Schnee. Mein Name ist Hase. Ich weiß nicht Bescheid. Ich lass mich aber unter ihm bleiben halten. Dieě sind bitter. Du siehstů, Lied hat ein черieses石面os. Fertig sind. Zig 문제가 sich nicht einiger weiter. Aber das zeigen. Ihr stimmt nicht. Ich admissions mich nicht. Ich lese.